Du offizießer kleiner Scheißer. Das ist ein Verstoß gegen das interstellare verbalen Moralitätsstatut. Reiß den Schurken den Arsch auf. Hab ich vor. Bad Moxie. Ich hab's gewusst. Nice, sie ist wieder dabei. Aber das muss auch sein. Ich werd hier beschossen, das ist ja unfassbar. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer weiteren Folge von Borderlands, dem Pre-Sequel. So, ich bin hier, wie immer, am Spawnpunkt, weil ich das Spiel neu geladen habe. Kurz gucken, was es hier gibt. Ähm, Folgendes ist in der Zwischenzeit passiert. Wir gehen mal eben kurz hier ins Menü und gucken uns die Missionen an. Und, ähm, hier sehen wir, es gibt nur noch die Hauptmissionen und letztes Mal, in der letzten Folge, hatten wir noch zwei Nebenmissionen. Eine davon hab ich beendet und die zweite hab ich in der Zwischenzeit auch beendet. Warum hab ich das nicht aufgezeichnet oder warum gibt's kein Video davon? Hat einen ganz einfachen Grund. Und das war sehr langweilig, sehr langweilig und ich hab ohne Ende rumgesucht, um dieses Ding zu beenden und es kam eh nichts Spannendes. Der zweite Grund ist, ähm, mir hat's die Aufnahme verkackt. Höhö. Ähm, ihr habt aber nicht wirklich was verpasst. Ähm, ich hätte da sowieso wild drin rumschneiden müssen, weil, äh, ich, um das zu beenden zu müssen, ohne Ende rumrennen musste und suchen musste. Es gibt manchmal in Borderlands echt Missionen, die man nicht versteht, also zumindest nicht auf Anhieb und die ein bisschen strange sind und in der Mission musste ich an einem ganz bestimmten Punkt stehen und etwas ganz Bestimmtes machen, damit das Ding endlich zum Ende kommt. Und das hab ich am Anfang nicht hingekriegt und es wurde einem auch nicht direkt beschrieben. Ähm, manchmal in solchen Fällen mach ich einfach einen Trick, also wenn ihr das habt, wenn ihr in Borderlands irgendwo nicht weiterkommt, ähm, dann googelt. Guckt euch Tutorial-Videos an oder was auch immer. In dem Fall hab ich das nicht gemacht, ich hab's dann doch irgendwann gefunden, aber die Aufnahme war sowieso für, für, für die Cuts. Und, ähm, gleichzeitig, äh, hab ich dann, äh, im Nachhinein, als ich's schneiden wollte, festgestellt, oh, die Aufnahme hat sich auch verabschiedet. Also gleich irgendwie, gleich zufälligerweise zwei Dinge auf einmal, äh, schlechte Aufnahme und dann hat's auch noch nicht richtig aufgenommen. Insofern verfolgen wir jetzt, warum krieg ich das nicht öffnen? Ach, das kann man nur in speziellen Fällen öffnen. Nun, alles klar, okay, hi. Äh, wir gehen mal eben kurz hier ran und gucken, ob es irgendwelchen Unsinn gibt, den wir verticken können. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, letztes Mal hab ich, ähm, ja, hi. Ich glaube, letztes Mal hab ich alles, äh, weggeballert, was ich nicht brauchte. So, warte mal, der hat 15, der hat 55. Ja, ich sollte vielleicht die Waffe erstmal wechseln. Das können wir mal eben machen, äh, denn die ist ein bisschen effektiver, auch wenn sie weniger wert ist und weniger selten, aber die bringt nur was gegen Ziele, die aus Fleisch bestehen, ne? Auch effektiv gegen Fleisch. Und manchmal kämpft man auch gegen Roboter oder irgendwas anderes. Ich hasse es, mich zu verlaufen. Ja, das kenn ich. Äh, wir gucken mal auf die Quest nochmal. Wir haben hier einen Punkt, da müssen wir hin. Dann nehmen wir die Karre und jumpen da einfach rüber und fahren da hin. Und wir sollen was machen. Systeme gestört. Geh nach Concordia und finde die Quelle des Störsignals. Betritt Concordia. Nach Concordia zu gelangen ist eine Sache reinzukommen, aber eine ganz andere. Okay. Wir nehmen ein Auto. Wer fährt auf dem Mond herum? Komm her, dann weißt du. Was? Diese Sprüche. Dumm, dumm. Wer fährt auf dem Mond herum? Komm her, dann weißt du es. Man selber, ne? So, jetzt weiß ich mittlerweile ja auch, wie man hustet mit der Karre. Juhu! Sie hat Juhu gerufen. Nice. Und dann fahren wir hier rein. Nicht vom Cracken irgendwie ablenken lassen. Hier mal gegen Karre. Raus aus der Kiste. Und... Ah, okay. Hier ist halt ein Weg nach Concordia. Dann nehmen wir den doch mal. Okay. Willkommen in Concordia. Hi, Jack. Such einen Karl namens Huckster. Ex-Hyperion Mann. Er hat hier das Sagen. Einen Ex-Hyperion sollen wir suchen. Kurz mal eben... Hier sind irgendwie kleine Kisten. Immer wenn es so leuchtet, dann ist meistens irgendwas drin. Oder hier so Mülleimer, ne? Aber es ist halt cool gemacht, dass sie neue Ablageflächen geschaffen haben. Und das finde ich ganz nice. Ja. Alter, was denn hier für eine Mucke im Hintergrund? Vor allen Dingen immer auf der rechten Seite irgendwie. Verändert sich vom Ton auch nicht, wenn man sich dreht. Okay. Soll halt... Soll halt nerven. Ist... Ist so... Mit Absicht so gemacht. Da steht hier einer. Okay. Hier scheint es erstmal friedlich zu sein. Also gar kein Geballer jetzt gerade. Wahrscheinlich... Äh... Sind das wieder so... Ähm... Wer bist du? Wahrscheinlich sind das wieder Leute, die... Okay. Kein Schritt weiter, Börschchen. Gib ihm... Deine Papiere. Und zwar schnell. Hopp, hopp. Okay. Du offizießer kleiner Scheißer. Das ist ein Verstoß gegen das interstellare verbalen Moralitätsstatut. Das geht an der Verstuß. Was soll denn der Scheiß? Oh, du kriegst gleich noch eine. Ich liebe Regeln. Sie geben mir Macht. Für einen Verstoß gegen das interstellare Raum Moralitätsstatut. Haben wir einen Strafzettel bekommen. Folge Team Custom. TP. Das ist doch Claptrap. Zumindest die Stimme von Claptrap. Ja, das ist cool. Ancordia. Der mächtigste Weltraumhafen auf Elpis. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aussehen wirst. Viele Verwarnungen. Zwei insgesamt. Habe ich jetzt gezählt. Schiebendes Orbatron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. So, ich soll ihm irgendwas geben. Oh, super. Ja, betrachte dich als klar zur Dekontamination. Oh, ich habe ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Erstmal nochmal gucken, ob es hier irgendwas, da hinten gibt es noch was zu looten. Nice, wie das hier aussieht. Was macht denn der da? Der sitzt sich in der Ecke und fürchtet sich. Ah, das ist eine Zelle. Also hier hätte man mich normalerweise eingesperrt. Und dann hätte ich hier mein Dasein gefristet auf einer billigen Pritsche neben einem billigen Dahlplakat. Das ist aber ein billiger Tresor auf meinem Hotelzimmer, ne? So. Gucken wir mal weiter, was es hier alles gibt. Okay. Eine Dame. Ich glaube, die kennen wir schon von, äh, den, äh, Automaten. Ja. Da. Da, ich machen. Schwesterchen, was ist los? Was machst du? Ach, ich soll da hinein. Okay. Geil, die Frisur ist auch, oh Mann. Echt, dann so eine, so eine fiese Frisur. Die erinnert mich ein bisschen an... Das fünfte Element. Da gibt es auch, da gibt es eine Soldatin, die auch so eine ähnliche Statur hat. Und wo auch, glaube ich, die wird auch vorgestellt als Olga oder wie sowas, oder? Oh Mann, sie wird, glaube ich, eingefroren. So, was, was ist jetzt los? Beende den, was soll ich denn machen? Ich muss hier abwarten, bis dieses Ding fünfmal über mich drüber fährt, oder wie? Meine Fresse. Leute, ernsthaft. Kann nicht so lange dauern, bis ich hier dekontaminiert bin. Aber interessanter Strahl. Der hat irgendwie so eine komische Textur, die so fließend ist. Sieht aus wie so Schaltpläne, die übereinander babern. Obwohl, nee, so richtig... Ja, es wabert so ein bisschen. Wie lange dauert das denn? Die wollen mich doch verarschen. Oh. Okay, ich verstehe. Das ist wiederum was von Borderlands, was ich nicht... Man muss genau an einem bestimmten Punkt stehen. Ansonsten startet die Kacke nicht. Das war noch gar nicht gestartet. Naja. Hätte man den Bereich einfach mal ein bisschen größer machen können, aber... Was denn? Oh, danke, Nina. Nice. Okay, mach ich. Ja. Vorher nehme ich noch dein ganzes Kleingeld mit aus dem Tresor, ne? Brauchst du ja eh nicht. Stinkt wie Talkmist? Alter, äh... Nina? Nina, ernsthaft? Du musst mal... Hier hinten, guck mal hier. Da. Das würde ich mal sauber machen, ne? Auch hier auf Fußboden und so. Also echt. So, was sagt er mir? Oh ja, okay, sorry. Okay, wir sind jetzt in Concordia und sollen es betreten. Vorher looten wir hier noch ein bisschen rum. Ähm, Waffen ein bisschen finde ich immer gut. Hier gibt's einen Automat, der kaputt ist. Das ist ein Willkommen... Automat. Ah, das ist ein Waffenautomat gewesen. Der jetzt aber leider kaputt ist. Hier ist ein Munitionsautomat, da können wir kurz verticken. Denn diese Waffe... Die ist gar nicht mal so schlecht. Sie ist aber zu billig. Also verticken wir sie. Dieses Schild ist besser als mein Schild. Oh, das hat eine schlechte Kapazität. Ja, schwer zu sagen. Behalte ich das Schild oder... Welches ist besser? 102 zu 53. Ja, die Kapazität ist natürlich höher. Und hier hat es zwar... Ein Blitzschock, aber... Äh, nur 51 Kapazität. Ich behalte es erstmal. Ich behalte erstmal beide. Äh, hab ich... Wirklich alles mehr... Achso. Ja, äh... Alles klar, Nina. Huckster, der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürgermeister und Sheriff. Ich hab's gewusst, Bürgermeister und Sheriff. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Ja, wir werden mal kurz hier rumlatschen und ein bisschen, äh, Loot holen. Wenn du nichts dagegen hast, Jack. Ich hab doch überhaupt nicht geballert. Warum, äh... Naja. Ist halt so. Also, wir haben ein bisschen Munition noch aufgenommen. Geld ist auch immer gut. Kann man sehr gut gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn man stirbt, stirbt, muss man zahlen. Hi. Hä? Ja, genau. Hä? Wie bitte? Ja. Okay, sorry. Ich hab gar nichts gesagt. Wer? Okay. Schnellreise. Du hast zwei Schnellreiseziele entdeckt. Benutze eine Schnellreisestation, um rasch zu allen Zielen zu reisen, die du bereits auf Elpis entdeckt hast. Okay. Ja, ähm... Das, äh, haben wir auch schon mal gesehen. Das sind immer diese Dinger, wo man hingeht, drauf geht und dann hat man diese Karte. Und jetzt haben wir auch schon drei Schnellreisepunkte. Einmal Concordia, die Holo-Kuppel und Deck 13,5. Ähm, das ist auf, äh, dieser Station, auf der Helios-Station. Und das hier ist, glaub ich, ein Add-on, wo man einfach nur fighten kann. Warum dazwischen die Station nicht ausgewählt werden kann, da wo die Crash-Site ist in der Nähe, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Systeme gestört, okay, auch nicht schlecht. Das heißt, wir können im Moment wahrscheinlich eh nicht reisen. Achso, nee, Systeme gestört hat er angezeigt bei unserem Standpunkt, ja. Äh, dass wir schon da sind, wo wir sind und da nicht extra noch hinreisen können. Wer ist das denn? Krass, hier gibt's auch schon mal Statuen. Kann ich, äh, berichten aus den anderen Borderlands-Teilen? Ich meine aus dem zweiten Teil. Da hat Jack sich, äh, ohne Ende verewigt in irgendwelchen Statuen. Jetzt, äh, kriegen wir eine Ahnung davon, woher er das hat. Sowas gab's halt schon, okay. Also, es ist ja oft so, dass, äh, so größenwahnsinnige Leute sich zu Lebzeiten gerne selber in eine Statue packen. Und nur die echten Helden werden nach ihrem Tod von anderen in eine Statue gepackt. Also, nicht immer, aber, äh, das kann so sein, ne? Jetzt nicht, will ich jetzt nicht jede Statue, äh, die später errichtet worden ist, äh, über den Himmel loben. Ich find, äh, eh so ein, man kann's mit Kult auch übertreiben. Generell. Oh, hier sind noch mal. Hi! Faszinierend. Oh, äh, du bist Star Trek Fan, oder? Geil. Hier muss ein Club sein. Das ist, das ist schon mal nice. Äh, Concordia. Ich fühl mich, als würde ich schon ewig hier rumlaufen. Du lehnst aber gerade gegen die Wand und läufst nicht, mein Schatz. Also, das... Huch! Ah, ne Speicherstation, okay. Na, erstmal hier alles abgrasen und durchlooten und... Ich würde mal sagen, das ist ein Waffenautomat. Du kannst auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Also, das, äh, wäre ein neuer Waffentyp. Und hier sind einfach nur Fernwaffen. Kaufen tue ich die jetzt trotzdem noch nicht. Denn im Verlauf des Spiels, zum einen ist sich schweineteuer, und zum anderen, im Verlauf des Spiels, werde ich noch mehr Waffen... bekommen. So oder so. Hab ich vor. Hab ich vor. Nice, Beatbox. Hoffentlich ist das gemeinfreie Musik. Das klingt so. Bei so nem einfachen Beat dürfte, glaube ich, bei YouTube nix anbimmeln. So, alleine irgendwie 10 Minuten nur hier rumlaufen und looten. Das ist natürlich nice. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig, Leute. Aber ich finde es irgendwie ganz nice, so ne Station mal anzugucken. Wie sieht's hier eigentlich aus? Was gibt's hier alles? Beziehungsweise diese Stadt. Ist ja nicht wirklich ne Station. Ist ja ne Stadt auf nem Mond. Riesen, äh, Schüsseln. Ähm. Ich glaube, auf diesem Mond wird auch irgendwie Zeugs abgebaut, ne? Da war irgendwas. Und, äh, die haben wohl... Kann ich jetzt... Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich dann auch wieder hoch oder bin ich dann lost? Ne, da drüben ist ne Leiter. Also, alles cool. Was auch immer das hier in der Mitte sein soll. Ich hab keinen Plan. Vielleicht ist das ne Verladebucht oder so für Raumschiffe. Das heißt, hier dockt einfach ein Raumschiff an. Ja, sieht so aus. Das sind so Halteklammern. Würde ich mal behaupten. Und, äh, dann ist dieser... Das hier ein Arm, um irgendwelche... Sachen rein und raus zu tun. Vielleicht werden hier auch Raumschiffe repariert. Beispielsweise. Es könnte echt sowas sein, um irgendwie... Ein Engine auszubauen und... So, hier hinten waren wir schon. Hä? Was? Dahl ist was? Was stand da? Na, egal. Concordia Entry Control. No Photographs. No Jokes. Please keep... Weapon... Fire to a... Minimum. Und Witze darf man auch nicht reißen. Ihr seid ja ein bisschen... Also, ist ja... Jetzt hab ich schon wieder so viel gelootet, dass wir mal hier gucken können, ob da was dabei ist, was wir nicht brauchen. Zum einen... So, ich übergehe jetzt mal meine bisherige Regel. Ich verticke jetzt schon mal hier. Diese Waffe brauche ich nicht. Diese Waffe auch nicht. Und dieses Schild brauchen wir auch nicht. Weg damit. Jo, tschüss. Ne, witzig ist das alles nicht. Also... Was ist das denn hier? Scrap versus my Springs. Sie macht Werbung für sich selber hier. Scrap versus... Vielleicht gehört das auch zu ihrer Strategie generell zu motivieren. So, jetzt gehen wir mal endlich dahin, wo wir hin sollen, ne? Weil... Oh... Stopp mal. Hier gibt's einen Club. Das ist natürlich nice. Da muss ich nochmal reinlatschen. Sorry, Leute. Auch wenn ich grad gesagt hab, wir bänden das. Trink mal noch einen. Dann geht's dir bestimmt besser. So. Geile Technomucke hier. Yeah. Was ist mit dir los? Nein, nein. Okay. Ähm, trink was anderes, ja? So. Hier nochmal rangehen. Gibt's einen Bartender eigentlich? Wo ist Matt Moxie? Okay, den kennen wir auch irgendwie. Alter, sieht das krass aus. Hier sitzt einfach so ein Bot und kippt sich ein. Keine Bedienung da im Moment. Oh, hier sind die... Geil, hier sind die Spielautomaten. Äh, was kostet das? Was kostet das da einmal? 95 und 95. Jackpot, Jackpot. Hä? Hä? Schön. Macht mal einen auf Smith. Ja, geil. Gleich eine Waffe bekommen. Nice. Das find ich nice. Mini-DJs. DJ Rang und... DJ Rang. DJ Rang und DJ Boom. Nice. DJ Bobo hat heute frei. So. Bin ich überhaupt hier? Bin ich überhaupt hier? Das frag ich mich auch manchmal. Also ich weiß, es hatte etwas mit einer Kanone zu tun. Und ähm... Jack ist schuld. So viel kann ich auch sagen. Der Ex-Frau hat mich immer Sushi genannt. Warum? Ich mein, du siehst doch gar nicht aus wie ein Sushi, oder? Naja, egal. Ich find Sushi durchaus lecker. Hatte ich gestern Abend. Zum Abendbrot hab ich mir kredenzt. Ich hab nämlich heute frei, wo ich das aufnehme. Und äh... Da bin ich abends von der Arbeit, äh... Noch an so'n Bento-Stand vorbei. Also äh... Hamburger Innenstadt. Äh... Da kenn ich einen Laden, wo man so Bentos mitnehmen kann. Da hab ich mir echt so drei Packungen mitgenommen. Und hab die mir hier reingezwängt. War sehr, sehr lecker. Also Sushi, da... I love it. Von der Helios... Äh... Also... Folgendes... Äh... Keine Besucher heute. Warum nicht? Ich bin jetzt aber da und irgendwie wackelt ja alles. Du warst einer von uns? Du bescheuert betäteter Bastard! Danke, dass Sie das Büro des Büriffs besucht haben. Wir hoffen, die bürokratischen Interaktionen waren zu Ihrer Zufriedenheit. Ich schätze... Jetzt kann uns nur noch einer helfen. So leid es mir tut. Geh in die Ab-Over-Bar. Da war ich doch grad. Was ist das hier in der Mitte eigentlich? Shift. Shift-Menü ansehen. Äh... Äh... Was heißt denn das? Shift-Menü. Nicht angemeldet für Shift. Du bist derzeit nicht mit einem Shift-Konto angemeldet. Daher kannst du nicht an Community-Ereignissen und Shift-Missionen teilnehmen. Und erhältst auch keine Shift-Belohnung oder Token. Bitte melde dich im Hauptmenü für Shift an. Vielleicht ist das was, mit dem ich mich mal auseinandersetzen sollte. Äh... Ja. Okay. Hm... Wahrscheinlich werdet ihr jetzt lachen, weil ich jemand bin, der nicht weiß, was Shift ist. Sorry, Leute. Ähm... Ich kümmere mich drum. Okay. Was ist das hier? Spring thinks you're great. That's all. Wir sind in der Bar. Wo ist Max? Oh, warte, warte, warte. Siehst du die zweite auf der Tanzfläche? Nein! Der tatuierte Tussi und den Typ, der allergisch gegen Lächeln ist? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Stimmt, den kenn ich. Und bringt uns das Scheißglück auch mal zu. Und ich glaub, sie kenne ich auch. Wie sie tanzt. Roland. Hey! Die Helios wird von durchgeknallten Dahl-Einheiten eingenommen. Helft ihr mir, das Signal abzuschalten, dass die Systeme dort stört? Hyperion. Dahl. Ist da ein Unterschied? Wir sind im Urlaub. Gemeinsam. Ja, sorry. Das sind Lillith. Raus aus der Kammerjäger-Branche. Zu viele Tentakel. Tentakel, hm? Los, Trimm mit Moxie, verdammt! Mad Moxie. Ich hab's gewusst. Nice, sie ist wieder dabei. Aber das muss auch sein. Das muss auch sein. Kleines Teteatee mit Moxie. Ich glaub, bei ihr ist das so, sie killt auch gerne ihre Liebhaber. Oder vielleicht auch Liebhaberinnen. Wer weiß. Wir sind ja ein Cowgirl hier in dieser Welt. Äh. Das ist... Er braucht eine Hilfe. Und einen besseren Geschmack bei Frauen. Hahaha. Das war nett. Jack schickt dich weißt. Erstmal anglissen. Muss ihn ja schwergewurmt haben. Aber keine Sorge. Vorbei ist vorbei. Was braucht er von mir? Irgendwo von hier kommt ein Stil. Hinterfall braucht er. Es blockiert die Verteidigungsanlagen der Helios. Ich soll es abstellen. Du willst ein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echotürmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Ja, würde ich auch sagen. Dann kannst du das Signal abschalten. Das Problem ist, ich hab keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Du wirst es bald verstehen. Ja, das bei dem Vertrau mir da. Du arbeitest hier. Was? Nö. Ich seh den Typ nur ähnlich. Ich bin gerade erst rein. Klar. In zwei Minuten ist deine Pause vorbei. Er ist der Bartender. Und hat sich selber an die Bar gesetzt und säuft was. Alles klar. So. Cool. Wir haben Moxi getroffen. Das freut mich, dass die wieder mit dabei ist. Aber das muss auch sein, sowas, ne? Also so bekannte Helden und Charakter. Moxi sagt, du sollst ihre Mondsteine abholen. Ich glaube, ich habe sie in der Bank hinterlegt. Du kannst sie dir entholen. Ich bin kein großer Fan der Bank, aber sie ist nützlich. Man kann dort Sachen bunkern, die man nicht mit sich rumschleppen will. Ja, ähm, finde ich gut. Ach ja, richtig. Ich habe sie ins Versteck gebracht, nicht auf die Bank. Nö, du kriegst die Waffe. Ihr Besitzer braucht sie nicht mehr. Das Versteck, was? Dort kannst du Objekte einlagern, die du mit anderen tauschen willst. Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgeleckt hat. Wahrscheinlich, damit wir hier im Spiel weiterkommen. Wie packe ich das? Achso, ich muss es hier irgendwie reintun. Und, äh, jetzt haben wir einen neuen Waffentyp. Das ist der Waffentyp, den wir vorhin schon gesehen hatten. Und wo ich sagte, nee, besser nicht kaufen. Das war auch eine gute Idee. Ähm, ich vermute, dass ich hier im Tresor save. Du hast den Safe entdeckt. Ja, nice. Benutz den Safe, um Objekte aufzubewahren, die du später noch einmal brauchen könntest, aber nicht dauernd mit dir herumschleppen willst. Genau, für sowas ist das gut. Das macht durchaus Sinn. Hier nochmal kurz ein Loot. Das heißt, äh, hier ist der Safe. Wird der angezeigt auf der Karte? Nee, irgendwie nicht. Oder vielleicht kommt das noch später. Das wäre natürlich nice, wenn das auf der Karte irgendwie markiert ist, dass man, dass man das auch sieht. Ähm, dann, denn es kann passieren, dass man wirklich so besondere Waffen irgendwie sammelt und, ähm, später was Bestimmtes vorhat. Und dann braucht man einen bestimmten Waffentyp. Und dann hat man den hier einfach gelagert. So, vom Ding her. Ich könnte ja beispielsweise mal diese Schockwaffe hier reinschmeißen. Wir haben im Moment noch nicht viel Platz hier drin, ne? Aber wir haben auch noch nicht so viele Waffen. Und diese Waffe werde ich gleich irgendwo wieder verticken, wenn ich einen Automaten finde. Hier gibt es so ein paar Bücher. Cragon Rides, Pandera Vistas, Pandera Korn, Padding, so. Da ist Nira. Punch in your face for dollars. Kleine Witze versteckt hier. Punch in your face for dollars. Ähm, äh, wo müssen wir lang? Äh, erstmal brauche ich nochmal kurz einen Automaten. Ah, geil, hier ist die Schwerkraft auch entsprechend. Vielleicht schaue ich mal bei Moxie rein. Äh, da hinten. Nice. Was ist das hier? Ah, hier könnte ich mein Aussehen verändern. Nice. Also den Skin. Das ist so eine Skin-Changing-Station. Das gab es in Borderlands 2 auch schon. Da konnte man dann nochmal seinen Skin anpassen, wenn man da Bock drauf hatte. So, die wollte ich verticken. Und wie viel Platz? Wir haben noch. Rucksack 6. Das verstehe ich nicht. Warum ist hier nur zwei leer und... Egal. Muss ich nicht verstehen. Und wir begeben uns jetzt endlich mal wieder zu dem Punkt Shift. Ja, kein Plan. Sorry. Shift, Shift, Shift. Shift it. Was ist hier los? Hi. Ja, entschuldige. Außerdem bin ich ein Mädel, ja? So. Irgendwie verpasse ich gerade den Punkt, habe ich das Gefühl? Ne. Doch nicht. Wir sind richtig hier. Wollen wir mal kurz umgucken hier. Mal mit dir ist alles... Alles so weit so strange. Ja. Wichtig. Ich hab die Mondsteine dauernd bei mir. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, typisch was? Im Ernst? Der sollte sich selbst verwarnen. Wegen Blödheit. Nimm die Mondsteine und bring sie zum Schwarzmarkt. Check dein Echo. Okay, machen wir. Du hast den Zollschrank gefunden. Im Zollschrank kannst du Objekte aufbewahren, auf die all deine Charakter zugreifen können. Ah, okay. Das ist sozusagen, wenn man mit mehreren Charakteren spielt, dann, weil das kann man ja machen, man kann das ganze Spiel auch nochmal mit einem anderen Charakter starten. Zeig die Mondsteine dem Typen da. Dann kriegst du, was du brauchst. Dann ist das eine Möglichkeit, um Waffen zwischen den Charakteren auszutauschen. Ich habe vor einiger Zeit einen Haufen Transmitter bestellt, wollte mich dort aber nicht mehr blicken lassen. Diese Janie Springs versucht dort immer zufällig auf mich zu treffen. Ich glaube, dass es, ich glaube mich zu entsinnen, dass es im zweiten Teil auch so eine Möglichkeit gab. Das war irgendwie ähnlich gemacht oder ich weiß nicht mehr, wie es gemacht war. Oder man musste irgendwie übers Menü oder keine Ahnung. Okay, gehen wir hier wieder runter. Wird heute halt mehr so eine Rumrennfolge und Geballer haben wir irgendwie noch gar nicht gehabt. Wofür ich nichts kann, weil das ist einfach der Storyverlauf. Und der muss ja auch irgendwie abgeklärt werden hier. So, da sollen wir hin. Es war klar, dass... Hallo. Ah, hier kann man auch kaufen. Geil, Upgrades. Stimmt, das gab es ja auch. Und, äh, äh, das, das war's. Genau, das, das war nicht durch Levelaufstieg. Ich meine mich zu dem Sinn, in einer älteren Folge, die ich gemacht habe, ähm, gesagt zu haben, dass es irgendwie so Levelaufstieg gibt. Nee, nee, das läuft nicht über Levelaufstieg, sondern wirklich über Upgrades, die man dann kaufen muss. Ähm, was ist das hier? Safe SDW. Also, hier kann man den Safe updaten. Hier kann man die Speicherkapazität von der Knarre updaten. Äh, es steht kein Preis dran, oder? Achso, ähm, ach, für Mondstein. Ich hab 16 Mondstein. Vier kostet das. Machen wir das mal so. Granaten brauch ich nicht mehr. Nimm die Mondsteine, dann gibt er dir, was du brauchst. Laser-Knarre, okay. Hier normale Pistole. Ich gebe dir die Koordinaten der Türme auf dein Echo und leite die Aktion von hier. Ich melde mich, wenn du den ersten Transmitter platziert hast. Ähm, die Waffe vielleicht auch nochmal. Und das hier. So, das war's mit Mondstein. Mehr haben wir im Moment nicht. Du musst auf das Dach... Du musst es auf... Du musst auf das Dach von Spring... Äh, warte mal. Eins am anderen hier. Auf dem Schwarzmarkt gibt es permanente Character-Upgrades, allerdings nur gegen Mondsteine. Mondsteine verdienst du, indem du Missionen abschließt oder du findest sie bei besiegten Gegnern oder in Schatzkisten. Okay. Rings-Emporium-O-Stuff kommen. Sie ist nicht in der Stadt. Kann dir also nicht helfen. Und nur damit das klar ist. Sagt Jack, wenn das vorbei ist, sind wir quitt. Ach, da wäre ich mir nicht so sicher, Moxie. Jack ist nämlich ein... Wie sich später sicherlich noch herausstellen wird... Ein ziemliches... Wo müssen wir denn hin? Ich sehe den Punkt nicht. Verdammt. Vielleicht sind wir hier völlig falsch. Erstmal denke ich, ich muss hier nach unten. Aber irgendwie... Wo ist der Punkt? Befestige Transmitter am ersten Turm. Ja, kann man mal erklären, wie ich da hinkomme? Okay. Ja, danke, Moxie. Das ist sehr, sehr nice. Ich denke, einen Wegpunkt. Wieso habe ich jetzt... Achso, ja, eins ist der Turm. Und... Und jetzt? Das... Äh... Ah! Okay, wir können ja ganz hoch springen. So. Ah, nice. Ah! Gut, das haben wir natürlich noch nicht ausprobiert. Erstmal alles hier weglooten. Soll ich gleich mal verticken? Ja, das ist vielleicht kurz eine Idee hier. Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst. Was ist denn das für ein Spruch? Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Hä? Äh... Ja, es sind zwei Türme, okay. Ich verstehe. Äh, ah, 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 jo. Wir haben es geschafft. Erstmal looten, bevor wir hier irgendwas machen. Weil man weiß ja nie, ob dann, äh, krasse Action ist und man hier plötzlich weg ist. Ich habe eine Verbindung, aber sie ist nicht sehr stabil. Könntest du dem Ding einen Klaps verpassen? Schlag den Transmitter... Mütter. Schon besser. Gib mir eine Sekunde, damit ich hier alles herrichten kann. Ich verstehe nicht ganz. Sie hat sie abgeholt? Nicht persönlich. Sie hat wen geschickt. Ich sag's dir nur, weil du's wissen wolltest, wenn jemand sie abholt. Und hat sie was über mich gesagt? Na, siehst du, was ich meine? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf deine Ecke. Okay. Den zweiten Turm. Jumpen wir jetzt hier noch ein bisschen rum, oder? Ist natürlich nice, dass man hier oben und durch das Jumpmenü... Aber ich meine, mich zu entsinnen, dass in den anderen Teilen war das auch so, da konnte man zwar nicht so hoch springen, aber es gab immer Wege auch irgendwie auf irgendwelche Gebäude drauf zu kraxeln und dann hat man nochmal so Geheimverstecke gefunden, wo irgendwelche Lootkisten oder... in Extremfällen auch ganze Waffenkisten rumlagen. Da musst du halt nur die Augen offen halten und versuchen, so ein paar Stellen zu ergründen. Ja, ich bin dabei. Wo willst du mich denn hinleiten, Baby? Oh, guck mal da drüben. Nichts Spannendes drinnen gewesen in den Schächtelchen. Ah, guck mal. Irgendwie ist das so irgendwie komisch. Schaltet den Elektrozaun ab. Da führt ein Kabel in diese Richtung. Ja, ja. Das heißt, wir müssen da oben irgendwie hin. Nein. Ach. Guck mal. So. Und jetzt noch ein Hörer. Oh. Das sieht ja nice aus. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Da drüben müssen wir erst hin. Kann ich's ausschließen? Ja, kann ich. Nice. Es piept so ein bisschen, ne? Also typische... Boah, hier ist gleich eine ganze Rakete, alter. Okay. Weiter geht's. Einmal hier so rum. Und erst den Loot. Der alte Trick. Weil nicht, dass es eine Cutscene gibt und man plötzlich woanders hingeportet wird. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Ja, mach das mal, Morsi. Nein, Mama. Du weißt, warum ich nicht komme zurück. Hier sicher. Firma weiß nicht, ich bin hier. Name ist gleich, weil ich glaube, ich ändere. Aber Mama. Mama. Nicht weinen. Nina muss los. Okay, die hat auch irgendwie Dreck am Stecken. Und... Funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Diese Geräusche. Über dem Büro des Börefs ist ein Turm. Versuch da hochzukommen. Ich soll da versuchen hochzukommen. Okay. Äh. Falscher Knopf. Alter. Zack. Ich weiß nicht, ob das geht. Achtung. Das unerlaubte Betreten von Staatseigentum wird mit sofortigem Tod geahndet. Danke. Ach ja, ich hätte die Geschütze erwähnen sollen. Du musst sie zerstören. Ich werde hier beschossen. Das ist ja unfassbar. Noch ein Geschütz? Sonst noch jemand, der irgendwie was auf die Nase braucht? Oder... Oh, nice. Das nehmen wir mit. Ich gehe... Die drei verstecken kann man. Symbole eins von drei haben wir schon entdeckt. Hier auf dieser Map. Äh. Wieso bin ich... Wie komme ich da jetzt rein? Oh Gott. Ach so, hier ist ein Eingang. Nice. Er ist der Loot. Er ist der Loot. Man ist so gierig. Ja. Oh, her mit dem Geld. So. Sieht aus, als hätten ein, zwei Kugeln die Relais-Kupplung beschädigt. Sieh mal bei den Geschützen nach, ob du Ersatz dafür findest. Relais? Was? Das, äh... Das ist ein Ding, das macht, dass der Transmitter wieder geht. Eine kleine schwarze Box. Ja, eine haben wir schon mal. Ach so. Eine reicht. Okay. Eine große Sache reicht. Jawoll. Jetzt muss ich nur noch. Dank. Du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich verstresst, der reinste Bekan. Etwas entspannend würde mir gut tun. Wie heklig. Ich sag all meinen Gästen ganz klar, dass Serena nicht dazu da ist, um... Ich kümmere mich später um den Böref. Okay. Alles bereit, wie es scheint. Geh zu der Steuereinheit, die ich auf deinem Echo markiert hab. Aktiviere sie, dann können wir den letzten Scan starten und das Signal orten. Der Böref. Was für ein bescheuerter Name. Aber ich... Als ich das das erste Mal gehört hab, da hab ich auch schon spekuliert. Tja, das ist die Mischung aus Bürgermeister und Sheriff. Und genau so ist es auch. Der Böref. Oh Mann. Müssen wir hier runter? Ich hoffe doch. Hier leuchtet was. Aktiviere Steuerbolt. Das Signal kommt anscheinend aus Crisis K. Was immer das ist. Das ist eine alte Dahl-Funkstation. Dort gibt es seit Jahren nichts als Gäfs. Tja, scheint wieder zu laufen. Schalt es ab. Ganz wichtige Informationen, die hier über das Display laufen. Die sind so wichtig, dass sie ganz klein gedruckt sind. Weil es so viele davon sind. So viele wichtige. Und so wichtig und viel. Ich glaub, ich muss ein Stockwerk tiefer. Achtung, Bürger von Concordia. Bis auf weiteres wird die Stadt zu ihrer eigenen Sicherheit abgeniegelt. Ja? Ist richtig. Das wäre alles. Geheime Ausgänge? Geheime Ausgänge? Ich weiß nicht, was daran witzig sein soll, Jack. Aber du machst das schon. Moxie? Wo ist Moxie? Du musst man dies nicht hier. Man wird hier kaum bedient, wenn sie in ihrer geheimen Werkstatt ist und an Hightech-Zeugs rumschraubt. Wenn ich noch wütender wäre, würde ich jetzt verraten, dass man reinkommt, indem man den Arm von dem einarmigen Banditen da drüben hochdrückt. Und den dann hochspringenden Zugangsknopf betätigt. Uff, das war knapp. Mein neuer Filterchip für innere Dialoge ist echt der Bringer, Freund. Ja, du musst die Leute einfach mal bedienen. Was ist das denn hier? Oh, hier gibt's... Hier gibt's Drinks, Alter. Gesundheitsregeneration... Ach, kostet. Schadensresistenz. Hilft gegen Husten und Erschossen werden. Gagelblasen. Sowas ist neu, das kenn ich noch nicht. Der beste Drink, den es gibt. Zusätzlicher Waffenschaden. Stillt den Durst der Waffe. Munitionsregeneration. Nice. Wenn man so eine Mission hat, wo ganz viel geballert wird, dann... Ah, an diesem Automaten. Ich dachte, einer von denen hier. Irgendwo soll ein Knopf kommen? Voll geheim. Helfen oder nicht? Ich weiß, wie es rausgeht, aber ich zeig's dir nur, wenn du mir versprichst, keinem zu sagen, was du hier gesehen hast. Ich verspreche hiermit, niemandem zu sagen, dass die nuttige Clown-Tussi auch eine nuttige Mechanikerin ist. Reicht dir das? Nett. Irgendwie biefen die sich. Schade, ich dachte, dass die zwei sich vielleicht besser verstehen. Aber... Ist halt nicht. Vielleicht kommt das her. Vielleicht muss man mit ein bisschen Kuppeleien nachhelfen oder so. Mal gucken. Gehe nach Concordia und finde die Quelle des Störsignals. Haben wir gemacht und jetzt kriegen wir eine Belohnung dafür. Du hast einen Klassen-Mod erhalten. Klassen-Mods sind spezielle Objekte, die eine große Bandbreite an Charakter-Statistiken positiv beeinflussen können. Seltenere Klassen-Mods bringen auch Bonus-Skill-Punkte. Mal eben kurz ins Inventar schauen und gucken. Ja, das Ding ist gleich eingebaut worden. Wir sind klasse Lorebringer. Wir haben im Moment mehr Nahkampfschaden und mehr Waffenschaden. Nice. Das gab es, glaube ich, im zweiten Teil auch schon. Beim ersten Teil bin ich mir nicht mehr so sicher. Ist halt auch ein bisschen her. Und hier für die... Genau, für die Granaten. Das Ding, das gab es vorher auch schon. Da haben halt dann die Granaten bestimmte Effekte, die man werfen kann. Brandschaden, Elektroschaden, was auch immer. Okay, wir gucken da einmal kurz rein und dann machen wir einen Cut, Leute. Denn es wird... Es wird ein wenig langwierig mit der Folge heute. Wir haben gut was geschafft, gut was erledigt. Wir haben Concordia entdeckt, sind da ein bisschen rumgehüpft. Ein paar nette Gespräche mit den Bürgern von Concordia. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch etwas Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.